Ah, der Künstler ist da! Ah, ist das ein Bild? Ja. Ah, das ist aber schön, der ist da. Hast du es selber gemalt? Ja. Mhm. Noch ein Bild, wie ich gucke. Auch da eine Bild. Ach, du bist ein Künstler, aber sehr schöne Künstler. Ach, Ali hast du gemalt? Ja. Ah, ist schon gut, schon gut. Schön ist der. Super. Ja, ich glaube, du bist ein Künstler. Das war der erste, ne? Egal. Ja, bei uns zu Hause damals, als ich klein war, haben wir einen Hund gehabt, zu Hause. Und als ich in der Kindergarten war, hat die Lehrerin gesagt, wir sollen Hund malen. Und ich habe genau so diese Fantasie von unserem Hund gemalt. Die Lehrerin hat gesagt, du bist ein guter Künstler. In Zukunft werden sie ein guter Künstler. Und darum bin ich Künstler geworden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und matéri Hier kommt die schwarze Farbe. So, ich fiel so an da, bis an das geht malen. Was willst du malen? Ich hab keinen Namen davon, aber ich hab die Idee in meinem Kopf. Ein bisschen schwarze. So. Ich kann nicht sagen, dass es Hobby oder irgendwas ist. Ich kann malen und ich hab immer gemalt. Immer mit Bleistift oder Farbe oder es egal. Immer wenn ich Lust habe, dann mal ich. Und wenn ich Lust habe zu machen, ich nehme ein Blatt, Pencil, Farbe und so. Und ab da so Sachen weiß ich, okay. Und wenn ich diese Sachen vorbereitet habe, dann kommt die Fantasie. Anfang so. Ich fange an zu machen und dann kommt der Motiv von meinem Kopf. Sag mal so Fantasie. Oder so. Ja. Irgendwie entsteht das wert. Ja. Ja. worshipります. Ich facak. Tschüs. ignantn bayern. Die estim. W XLB-R Buch und den! Ta aber mal jetzt gewann. Da. Da. Viele Menschen denken, sie sind zufrieden. Sie sind hier bei der, waiting für ihre Zukunft. Sie wissen, was sie tun. Sie sind hier bei der, waiting für ihre Zukunft. Sie wissen, was sie tun. Aber niemand war zu leben, in dieser Welt. Ich sage, alles depends. Das ist der Burger. Und das muss man so sehr schön sein, dass man sieht, dass ja, das ist etwas anderes. Oder? Das war's. Das war's. Das war's. Da muss der Künstler den Namen schreiben. Hier kommt der Name darauf. D-D. David Donko David Donko